Am Reitsport passt es sehr gut zur DKB, dass deutsche Sportler erfolgreich sind, dass es Spitzensport ist, dass es die größte Serie ist in Deutschland, was Reitsport betrifft, die DKB-Reiterstour. Das passt sehr gut dazu. Dass es aber auch den Nachwuchs fördert, dass junge Leute hier aufrücken, letztes Jahr einen platzierten unter den Top 3, einen absoluten Nachwuchsreiter. Das passt sehr gut, dass wir sowohl die internationale Serie, die DKB-Reiterstour, die Serie in Deutschland begleiten, Nachwuchs auch eine Chance hat, hier erfolgreich zu sein. Und zum Weiteren natürlich, dass wir medial wahrgenommen werden in der DKB-Reiterstour, im Fernsehen, im Printbereich, sodass einfach unsere Marke verbunden mit Spitzenleistungen einfach hier transportiert wird. Gut, vielen Dank. Gerne. Gut, vielen Dank.